Musik Wie jedes Jahr zur Winterszeit öffnen sich auch diesmal wieder die Türen der GIZ für die große Kunstausstellung. Und wie jedes Jahr strömt das interessierte Publikum nach Eschborn, um die Kunst und die internationalen Künstler zu sehen. Heimat 2.0 hat die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ihrer Ausstellung in diesem Jahr betitelt. Erstmalig ist es so, dass hier Künstler gezeigt werden, die in Deutschland leben. Einige schon seit 30 Jahren, einige erst seit 5 Jahren, die in Deutschland leben, hier ihre neue Heimat gefunden haben, aber eben weiterhin künstlerisch tätig sind. Und da wollten wir einfach schauen, was hat das für einen Einfluss auf die Arbeiten der Künstler und Künstler gehabt. Neun Künstler aus acht Ländern haben auf Einladung der GIZ derzeit die Gelegenheit, ihre Kunstwerke zu präsentieren und zu verkaufen. Und es dauert nicht lange, bis kurz nach der Eröffnung auf den ersten Werken schon der rote Punkt klebt, der den Verkauf markiert. Musik Zu den begehrten Werken gehören auch die von Nijat Hushur. Der Künstler hält gerne seine uigurische Heimat im äußeren Westen Chinas auf seinen Bildern fest. Meine Heimat ist an der Rand von Taklamakan-Wüste, die zweite größte Wüste der Welt. Und ich bin geboren ganz ostlich, nordostlich von der Wüste. Heißt Turfan, da schreibt auch in meinem Lebenslauf. Und das ist tiefstes Land eigentlich, 155 Meter unter dem Meerspiegel. Ganz trocken und von den Bildern sieht man auch ganz Trockenheit. Seit 1996 bietet die GIZ Künstlern aus aller Welt die Möglichkeit, ihre Kunst zu präsentieren. Die jährliche Ausstellung hat sich in der Kunstszene herumgesprochen. Das GIZ-Partnerland Äthiopien ist in diesem Jahr mit gleich zwei Künstlern vertreten. Das war diese Wünsche, eine verrückte Idee, warum nicht eine Autobahn bauen in Berlin, in Addis Ababa. Das kann sein, möglich, in ein paar hundert Jahren vielleicht. Warum nicht? Aber es ist noch mehr gedanklich. Die Kunstwerke in der GIZ-Zentrale in Eschborn sind noch bis zum 22. Februar ausgestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017